Vishankasana, die Stellung des Yogameisters Vishanka. Raffaella zeigt, wie es geht. Du bringst die Fußsohlen zusammen und die Knie nach außen. Von hier ausgehend bringst du die Hände auf, die Knie, Handflächen nach oben. Dieses Vishankasana, die Stellung des Yogameisters Vishanka. Vishanka gehört zu den 84 Yogameister der Nath-Tradition. Er ist ein Natha-Siddha, ein vollkommener Meister. Vishanka-Nathasana bzw. Vishankasana, Vishanka-Asana, hilft, die Hüftflexibilität zu entwickeln, Zehenflexibilität zu entwickeln, aber vor allen Dingen hilft sie, Gleichgewicht zu entwickeln. Diese Zehenspitzenstellungen mit Knien nach außen sind sehr herausfordernd für Gleichgewicht und Vishanka scheint sie besonders gut beherrscht zu haben. Mehr Informationen über dieses und andere Asanas, insbesondere auch die Asanas, die nach den 84 Nath-Siddhas benannt werden, unter wiki.yoga-vidya.de. Viele Yoga-Übungsfolgen zum Selbstüben findest du auf der Yoga-Vidya-App und auf yoga-vidya.de findest du auch Kurse, Seminare, Yoga-Lehrer, Aus- und Weiterbildungen. Vielen Dank. Vielen Dank.